Willkommen Leute zu einem etwas anderen Video. Heute möchte ich über das neue 3D Mario für die Nintendo Switch sprechen. Und zwar denke ich, dass dies höchstwahrscheinlich Super Mario Galaxy 3 sein wird. Natürlich bleibt diese Aussage nicht einfach so im Raum stehen. Ich habe da so meine Gründe. Daher würde ich sagen, lasst uns beginnen. Es gibt viele Theorien, was das neue 3D Mario für die Nintendo Switch sein könnte. Zum einen Super Mario Galaxy 3, Super Mario Sunshine HD, eine Weiterführung von Super Mario 3D World oder ein Super Mario 64 Remastered. Es kann natürlich auch ein komplett eigenschändiges Spiel sein, aber das denke ich nicht. So, kommen wir nun zu den Ausschnitten von diesem wunderbaren Spiel im Trailer. Wir sehen, dass eine Frau gerade das neue Super Mario 3D Spiel spielt. Daraufhin bekommen wir auch schon das Gameplay zu sehen. Und zwar vollführt Mario gerade den Dreisprung in einer wunderschönen Welt, welche mexikanisch angehaucht ist. Moment mal, diesen Sprung kennen wir doch schon. Hier ein Ausschnitt aus einem Super Mario Galaxy Gameplay. Hier habt ihr den Vergleich. Und? Fällt euch etwas auf? Das ist beinahe identisch. Daraus kann man schließen, dass das neue Super Mario Spiel eventuell Super Mario Galaxy 3 sein könnte. Wahrscheinlich denkt ihr gerade so, ja gut, der hat uns jetzt so ein paar Sprünge gezeigt, ein paar Ähnlichkeiten. Kann ja auch der Zufall gewesen sein. Aber falsch, ich habe noch mehr Gründe. Kommen wir nun zu dem Weitsprung, den Super Mario in dem Video vollführt hat. Hier nochmal der Vergleich mit einem Super Mario Galaxy Gameplay. Habt ihr das gesehen? In beiden Clips macht er dieselbe Landung. Und zwar hält er seine Hände zurück, wie bei einer Flugzeuglandung. Die Ähnlichkeit ist unfassbar. Daher das jetzt auch ein weiterer Grund, warum das neue 3D Mario Super Mario Galaxy 3 sein könnte. So, jetzt kommen wir zu den Details. Im Trailer sieht man einen Mond im Hintergrund, der ziemlich nah ist. Ich finde, das lässt auf Super Mario Galaxy 3 schließen, da in keiner anderen Super Mario Reihe Planeten oder Galaxien vorkommen. Im Internet besteht die Aussage, dass das Spiel schon viel länger in Entwicklung ist, als wir alle dachten. Haben wir auf der Video nicht auf Galaxy 3 gewartet? Ja, das haben wir. Ich denke, dass sie das Spiel schon zu Wii U-Zeiten entwickelt haben und jetzt immer noch weiterführen und fast am Ende sind. Also, wir haben auf Galaxy 3 für Wii U gewartet. Es ist aber nie gekommen. Könnte es jetzt auf die Switch kommen? Ich hoffe schon. Ich denke, dass das 3D Mario schon für Wii U geplant war. Das Spiel hat es aber nicht auf die Wii U geschafft. Ich denke, Nintendo hat da seine Gründe. Und ein neues Super Mario Galaxy zum Release anzubieten, ist doch eine super Sache, oder? Daher denke ich stark, dass es neue 3D Mario Super Mario Galaxy 3 sein wird und zusammen mit der Nintendo Switch zum Release verkauft wird. Ich muss dazu erwähnen, dass es nur eine Theorie ist. Jeder hatte eine andere Vorstellung und Meinung. Natürlich hat die Kamera auch Ähnlichkeiten mit Super Mario 64, da diese niedrig gehalten ist. Aber denkt ihr wirklich, es lohnt sich, ein Super Mario 64 Remaster rauszuhauen? Ich denke wohl eher nicht. Die Menge wartet auf Galaxy 3, Leute. Warum sollte Nintendo also eine andere Richtung einschlagen? Ich denke, den Wirbelsprung haben sie extra rausgelassen, weil es dann fast schon bestätigt ist, dass es Galaxy 3 ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie mit den Joy-Cons eine Neuerung einbringen. Hätte zumindest etwas. Abschließend kann man sagen, dass das Spiel vom ersten Eindruck nicht so viele Ähnlichkeiten mit Galaxy hat. Aber beim näheren Analysieren könnte es wirklich sein. Galaxy of the Wii hat sich gut verkauft. Daher haben die ja auch einen zweiten Teil rausgehauen. Daher wäre ein dritter Teil für die Switch prädestiniert, oder nicht? Man kann gespannt sein. Die Innovation aus Galaxy hat das Spiel schon mal vom ersten Eindruck. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu haltet. Ob ich gerade Schwachsinn erzählt habe, oder ob ihr sogar denkt, dass das richtig sein könnte, was ich hier gelabert habe. Oder ihr schreibt einfach, was ihr denkt, was das Spiel sein wird. Eine Fortsetzung, ein komplett eigenständiges Spiel. Es ist euch überlassen. Also Leute, Daumen hoch geben, kommentieren, abonnieren für mehr solche Videos. Haut rein, auf Wiedersehen.